Terrorismus Giro, deutsche Presseagentur, minus die ägyptische Luftwaffe hat mit Angriffen auf dem Sinai auf den verheerenden Anschlag auf eine Moschee im Norden der Halbinsel reagiert. In der Nacht habe die Luftwaffe mehrere Fahrzeuge zerstört, die bei dem Angriff auf die Moschee in Bir Al-Apid benutzt worden seien, teilte der Sprecher der ägyptischen Streitkräfte, Thema Al-Refai, auf seiner offiziellen Facebook-Seite mit. Eine nicht näher bezifferte Anzahl von Verdächtigen sei dabei getötet worden. Die Angriffe trafen auch mehrere Verstecke der Terroristen, in denen Waffen und Munition versteckt wurden, sagte der Sprecher. Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi hatte nach dem Anschlag mit mindestens 235 Toten und mehr als 100 Verletzten eine harte Antwort angekündigt. Die private Nachrichtenseite Al-Mas-Realium berichtete, dass mehr als 20 Angreifer mit automatischen Waffen an dem Anschlag auf die Moschee beteiligt gewesen sein sollten. Die Attentäter hatten die von einem Sophie-Orden genutzte Moschee während des Freitagsgebets mit Sprengsätzen und Schusswaffen angegriffen. Bislang bekannte sich noch niemand zu dem Anschlag. Viele der Getöteten sind nach Angaben von Augenzeugen noch am Freitag in Massengräben beerdigt worden. Ägypten verhängte eine dreitägige Staatstraue.